QualiDisc, diesen verheißungsvollen Namen, trägt die aktuelle Generation Kurzscheibeneggen von Querneland. Im August haben wir eine aufgesattelte 5-Meter-Maschine in der ersten Stoppelbearbeitung auf mehr als 500 Hektar getestet. Haupteinsatzgebiet unserer Kurzscheibenegge war die erste flache Stoppelbearbeitung nach dem Metrusch. Die Arbeitstiefe in dieser Bearbeitung liegt bei maximalen 10 cm. Als Zugschlepper haben wir mit drei Traktoren von 180 bis rauf auf 270 PS getestet. Gerade um die hohen Arbeitsgeschwindigkeiten von 12 kmh und mehr zu erreichen, sind wir mit unserem 250 PS Traktor am besten gefahren. Die teleskopierbare Deichsel hilft beim Anpassen des Geräts an den Schlepper, vor allem in kopiertem Gelände. Werfen wir einen Blick auf die Features der Querneland QualiDisc. Wir hatten zwar mit 573 x 6 mm die großen Scheiben montiert, aber auch die alternativ erhältliche 520 x 5 mm Variante ist nicht wirklich als klein zu bezeichnen. Die Scheibenträger sind auf Gummipolstern gelagert. Damit sich diese nicht herausarbeiten, mussten wir bei zwei Trägern unserer Neumaschine die Schrauben einmal nachziehen. Gut gefallen hat uns, dass die Maschine ohne Seitenbewegung sehr präzise hinter dem Schlepper läuft. Mit dem Einzug der Maschine am Vorgewende hatten wir keine Probleme. Ganz im Gegenteil, auf den verschlemmten und ausgetrockneten Flächen zieht sich die Maschine sehr schnell auf die gewünschte Arbeitstiefe. Die QualiDisc schneidet den Boden auf der gesamten Arbeitsbreite sehr vernünftig. Schönes extra in diesem Zusammenhang ist die Versatzverstellung, bei der der Scheibenverschleiß entlang eines Rasters ausgeglichen werden kann. Die ActiPak Nachläuferwalze ist mit elastischen Abstreifermessern ausgerüstet, welche auch mal ein paar Meter rückwärts ohne Verbiegen vertragen. Verstellbare Leitbleche sind vorhanden. Die Laufwege der Hydraulikzylinder lassen sich mit Clips begrenzen. Mit der Querneland QualiDisc bekommt man eine Profimaschine, die aber auch ihren Preis hat. Bereits in der Serienausführung enthalten sind unter anderem die großen Scheiben und die Beleuchtung. Die hydraulisch verstellbaren vorderen Tasträder müssen aus der Optionenliste geordert werden. Mehr über die Maschine lesen Sie im Septemberheft der Agrartechnik.